Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es wieder euer bunte Steine-Fan und ich habe euch heute ein kleines süßes Set mitgebracht aus The Lego Movie 2, die Nummer 70822 Unikette Sweetest Friends Ever. Ein sehr schönes, süßes, kleines Set. Ich weiß, The Lego Movie ist schon lange, lange raus, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, dieses Set euch vorzustellen. Und ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus, was uns da erwartet. Wie gesagt, wir haben hier 76 Teile, UVP 9,99 Euro. Ich glaube, ich habe es bei Lego gekauft für 7 Euro. Sehr guter Preis dafür. Machen wir das jetzt mal auf. Jetzt ein bisschen rabiat. Was haben wir hier Schönes drin? Eine Tüte. Jetzt ist die zweite Tüte. Jetzt lassen wir es mal zu. Gut. So. Schon mal Tüte Nummer 1. Wir sehen hier schon sehr schön bedruckt. Und das ist auch noch ein Druck. Das gefällt mir. Hier die Kleinteile. Und die kleine Bauanleitung haben wir natürlich hier auch. mit 31 Seiten. Und ich baue das jetzt schnell auf und bin dann gleich mit meinem Video zu diesem Set wieder da. Also, bis gleich. Und da bin ich tätig mit diesem kleinen Set. 76 Teile. Ging sehr schnell. Hat 10 Minuten gedauert eventuell. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt. Aber ein sehr, 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 sehr schönes kleines Set. Und einfach mega geil, was an Drucken dabei ist. Lego, es geht doch. Wir können es bedrucken. Warum nicht bei anderen Sets? Es geht doch hier. Das Set ist der perfekte Beweis dafür, dass es geht. Und wir fangen am besten erst mal mit der Uni-Kitty hier an. Ich meine, ich habe hier dieses wunderschöne, süße Gesicht hier verpasst. Ach, als ob sie kein Wässerchen trüben könnte. Ganz simpel aufgebaut. Wie gesagt, Druck. Druck, alles Druck. Und wir können natürlich, wenn wir wollen, einen anderen Gesichtsausdruck hier geben. Einfach austauschen. Hier ist der andere Stein dafür. Perfekt. Sieht einfach super süß aus. Und ganz simpel gebaut im Grundprinzip. Dann haben wir hier einen schönen Servierwagen mit Kaffee, Schokolade, Tee, was auch immer. Eine schöne weiße Tasse und einen schönen Kuchen, Erdbeerkuchen. Wie gesagt, das ist auch ein Druck. Es ist ein Druck. Eine Erdbeere draufgedruckt. Es ist der Wahnsinn. Ich gehe kaputt. Sehr schön gemacht. Freut mich total. Dann haben wir hier nochmal einen Muffin, würde ich sagen. Süß. Und, aha, hier. Eine Tafel Schokolade. Ganz einfach zusammengebaut. Sieht einfach genial aus. Ich meine, die Gold waren zum ersten Mal in diesem Braunton überhaupt in dem Set zu sehen. Man möge mich korrigieren. Aber für mich ist das erste Mal. Und ich finde es einfach genial. Sieht genial aus. Und man könnte einfach reinbeißen. Aha, ja, lecker. Ist einfach schön gemacht. Auch hier die Augen mit dabei. Ist sehr, sehr schön. Und natürlich hier die Eistüte. Hat natürlich auch einen schönen weißen Citybecher bekommen. Hier. Das ist ein Druck. Das ist ein Druck. Es ist einfach ein Druckparadies. Ist wirklich wahr. Das ist ein Druck. Das ist gedruckt hier oben drauf. Ich kann es ja mal abnehmen. Es ist einfach wunderbar. Hier. Das ist auch ein Druck hier oben drauf. Und wie gesagt, auf der Kugel hier auch nochmal ein Druck. Es ist einfach genial. Was sagen wir zu dem Set? Ein nettes kleines Set. Für 10 Euro bekommt man hier wirklich sehr viele Drucke. Was? Da fragt man sich, warum geht das bei City nicht? Ich meine, es ist einfach genial. Ich habe das Set vorher schon süß gefunden. Und jetzt finde ich es noch genialer und super toll. Und ja, sagt mir einfach eure Meinung. Ist jetzt ein kürzeres Video dazu geworden. Ist ja auch ein kleines Set. Aber ich würde mich freuen. Lasst gerne einen Kommentar da. Einen Like, wenn euch das Video gefallen hat. Oder ein Abo. Würde mich auch freuen. Von daher, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao. Euer bunte Steine-Fan.